Lass uns mal laufen. Da sitzen Sie, wenn ich hier nicht so weit stehe, und das drehen Sie jetzt an. Gucken Sie, dass Sie in den Vordergrund rein bleiben. Ich laufe noch so, und dann sage ich Stopp. Okay? Okay. Also im großen Platz ist es nur einer. So. Und los. Haben Sie sich? Haben Sie sich? Lassen Sie sich bleiben. Wie funktioniert? Ja. Ja. Sehr gut. Nein, wo es Sie nicht so gefallen haben kann? So. Sehr gut. Sehr gut. Genau das ist es ist denn dann nochmal. gut, denn da sind alle Übereinstiancearten passENDT Pro IQ. Da kommen Sie anders zu finden, nun aus der Abfuß sa Systeme. Und Sie haben schon dieses Stück des Steins hochgehoben und wir sind langsam abdrehen, Achtung und Stopp. Also sehr gut gemacht. Wenn Sie möchten, kannst du noch mal runter und lassen Sie den Schein senden, aber schein Sie senden. Ich kann da auch von alleine senden lassen. Das ist kein Problem. Wir können das machen. Ja, okay. Dann drehen Sie sich einfach runter. Genau, machen Sie genau das, was Sie da auch gemacht haben. Und los. So, bleiben Sie vorne. Bleiben Sie hinten. Bleiben Sie hinten. Sehr gut. Bist du bleiben vorne. Genau. Sehr gut, bleiben. Genau. Der Achsel wird bleiben. Achso, wir sind ja schon da. Bist du bleiben hinten. Nein, bitte. Bist du bleiben vorne. Sehr gut. Gerne.